Was? Wie? Handscheidung? Ja, Vertreif auch, jo. Du kriegst auch mehr Punkte, oder mehr Fähigkeitsscheiße, weil es kommt auch noch drauf an. Alle Assistenten aus kriegst mehr, ohne Linie, ohne das, ohne Blockiersystem, ohne Traktion. Oh, das passt, nur es Leute und drei Meister. Drei Meister. Alter, das rappelt Punkte. Hey, jetzt muss ich gewinnen, Alter, das rappelt Punkte, und die sind alle schon fast 50. Zwei, drei Stück sind über mir. Einer hat das gleiche Level wirklich. Und der ein, zwei ist ein, zwei, drei Level über mir. Alter, das rappelt. Meister, ich bin Silber. Ey, wenn ich die schlagen tue. Aber die Rasen, die können doch mal so fahren und rasen wie, wie Segels. Dann muss ich hoffen, dass es kracht. Also, machen wir, wie Ralf kann er da von hinten starten und hoffen, dass Funst mehr wie schief geht. Jetzt kommt ja wieder unser italischer Schnaufer. Ein Typ ist ein bisschen Schnaufer. So scheiße, das ist gar einer von den fetten Hals. Verdammt, am Arsch. Ja, das ist gar nicht so. Aha. Ich möchte mich auch auf, weil ich Platz muss schon vorbei kämpfen. Ah, das ist doch nicht keiner geworden. Haben die meisten für Deutschland bestimmt. Egal. Dann kriegst du auch nichts. Oder aus der Halsstrecke abkürzt. Gibt's ja auch verwandeln. Hey, ich will keine Puls fahren. Ich muss das mit Piano machen. Weil es gute Levelpunkte gibt. Aber ich will eine kleine Levelpunkte für die Fähigkeit schleichen. Kannst du mal da ausräumen. Kaum von hinten. Ja, 6. Das passt. 6. Da passt. Rennen wir mal 3 Sekunden drauf. 3 bis 4 wäre ich an Erster gewesen. Oh, noch 1 bis 1000. Das steig ich nicht wieder auf. 1 bis 47. Ne. Ja, ich werde dann 4. Mit 4 Sekunden besser. So in Entriebung. Aber 1 bis 12. Das hätte ich jetzt schafft. Nee, nee. Ich glaube, das war besser 1 bis 14 oder 1 bis 15. Aber egal. Wir hoffen, dass es batscht. Und vielleicht brunzt es ja. Vielleicht brunzt es. Brunzt. Brunzt. Oder Schiefel. Oder ein anderes schwabisches Wort. Seiche. Es tut Seiche wie aus Kübler. Ja, es brunzt. Es brunzt. Es brunzt. Mit blauen Reifen. Es brunzt. Freut mich für mich selber nicht. Aber vielleicht kracht es. Ja, ist so. Ich muss ja noch besser an denen vorbeikommen. Ob ich 3 Jahre brauche, ist drauf schüsse. Ob so einer, äh, in dem Sinne wie bei Berkswester, einer verreckt. Indem klatscht weg. Und bei, und bei, und bei, und bei, und bei sechs Leute, sieben. Was da vorne schon mal batscht. Weil dann hätte es mich schon der erste Bruch verrissen. Uiuiuiuiuiuiuiuiuiuiui. Mann, 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 Mann. Krieg ich da überhaupt noch hoch. Ja. Fahre vor mir. Komm. Der Start war okay. Jetzt musst du wachsam sein und Bedrohungen in deiner Nähe ausmachen. Schiff, babbel rein. Achtung, Achtung. Achtung, Achtung. Achtung, Achtung. Probef, Schiff. Das ist neu. Das ist ja nicht, das hier nicht geht. Da habe ich immer neu. Ja, Achtung, Achtung. Hier spricht die Polizei. Bleiben Sie bitte standen. Ja. Ja. Ich glaube beim... Ja. Von Escape. Okay. Alles klar. Äh. J, E, F. Hier war aber auch dafür, was er sich über Trash hinzugebracht hat. J, E, F. J, E, F. J, E, F. Ja. Sei leise. J, E, F. J, E, F. J, E, F. J, E, F. Jetzt wachs nochgeschrieben von uns. Doch. J, E, F. Ja. J, E, F. J, E, F. Ach, J, E, F. Ja, der hat es gedreht, zwei Stück, zwei Stück hat es gedreht, ja, gelb. Auf die Lese ist noch eins. Nee, zwölf, zwölf war noch drei, ja. Achtung, Achtung! Achtung, 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 Achtung! Achtung, Achtung! Achtung, Achtung! Aber da hat er Achtung, Achtung, die Schlein geholt. Zeit, etwas Ladung zu verbrauchen. Erhöhe den ERS-Einsatz. Achtung, 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 Achtung! Und ich glaube, hat er schon. Ich, äh, ich 46 oder was. 45 oder 46. Daher! Hmm! Ei, ei, ei! Ja, Schiss mit Piss. Ohne Piss ist das Schiss kein Schiss. Verstehst du? Hä? Das ist deine letzte Runde, die letzte Runde des Rennens. Hä? Ja, weißt du wo? Oh, ja, 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 ich habe mich vergessen, hier so drei, vier, ich habe so vorrangig als ein Gläser, wo sieben, aber weiß ich nicht. Abstand zum Auto vor dir beträgt 3,7 Sekunden. mal rein. Ne, 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 ne. Ja, 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 ja. Schlimmer hier jetzt, wenn es jetzt ist. gelbe flagge ja die alzauk träger passt achtung gelbe flachen in der gesicherten zone sei vorsichtig bist du wieder grüne flaggen sie ist die strecke ist frei grüne flagge der drehloch uiuiui jetzt kann man vielleicht auf dem stehen drauf krass sechster durfte ich durfte noch überholen danke hat eine zeitstrafe gekriegt was wie du dir einen runde seit ein paar stunden seit ein paar paar minuten ja kommt da wie du dir einen runde holst auf welcher seite ja du musst es halt alle zeigen jetzt bin ich wieder gesunken mit zehn punkten aber immer noch viertausend punkte für viertausend punkte für ich glaube blatt sechs blatt sech blatt sech